Also Leute, dann werde ich jetzt mein Bestes geben, ich will das 7 von 7 schaffen, kein Witz. Ja, ich glaube so war das. Ich habe es mir nochmal angeschaut, was ich da geschrieben habe, aber so sollte es sein. Diese Kreativität ist unerreicht. Naja, ich will ja keine Kreativität unbedingt haben. Ich will ja nicht, dass die Kreativität im Vordergrund steht, sondern dass die Qualität im Vordergrund steht. Und ich muss sagen, das sind eigentlich ganz, ganz gute Regeln, die man eigentlich eh gut akzeptieren kann oder nicht. Kann ich auch statt ein Chadié-Kur-Kur-Kur... Nein, kannst du nicht. Oh, ist schon mal ein guter Damage eigentlich. Greif nicht, angreif noch nicht an. Oh, schade. Okay, okay, jetzt hast du genug. Natürlich. Oh, diese grüne Karte hole ich gleich für Ultimate Gohan. Ach, verdammt. Nice, nice, nice. So muss es sein. Zwei Karten hat er schon mal. Perfekt. Mann, doch nicht jetzt zu... Komm, das müsste jetzt, glaube ich, reichen mit Ultimate Gohan. Gib mir doch Strike-Ext, Mann, das hasse ich einfach. Ich will sieben, fünf, wie kann... Egal, es müsste vom Damage ja, glaube ich, trotzdem... Ja, doch, doch, es reicht, es reicht. Okay, habe ich bis jetzt schon zwei grüne Karten... Doch, doch, ich habe drei grüne Karten bereits aktiviert, okay. Okay, ich weiß nicht, wie viel Damage ein Ultimate von Gohan machen wird, aber ich denke mal schon sehr gut, ne. Und, nein, ich mag Doka nicht und... Ich... Oh, nein, ich will auch nicht Habe-Hotel. Mann, das hasse ich, wenn ich Strike-Ext und dann nicht reagiere. Ja, nerf, nicht, geh weg. Bist du dir direkt's Blast, kai... Das reicht, oder? Äh, lol, träum ich, oder? Achso, ja, ja, Defense-Buff, hab's vergessen. Wenn der Rise-Rash durchgeht, kann ich sie vergessen, eigentlich. Ja, Glück gehabt, aber... Meine Blast-Karten sind gar nicht teuer, oder so. Mh, 41 zahle ich gerne für eine Blast. Okay, das reicht auch. Ist ein guter Run, eigentlich, bis jetzt. Okay, zur Sicherheit muss ich jetzt wechseln, weil ich hatte kein Dodge, habt ihr hier selber auch gesehen. Ah, ich hasse dich. Oh, mein Gott, du sagst mir jetzt nicht, dass ich meinen Strike vergessen habe zu drücken, nice. Okay, probieren wir es. Ich habe so viel Strike-Attack gerade drauf. Probieren wir es. 100, 140, 140. Könnte extrem guter Damage werden, schauen wir mal. Ich habe extra nur für das diesen Trunks mitgenommen. Nur extra für das, dass ich diesen Rise-Rash auf den letzten Cell draufhauen kann. Ich hasse dich, dass du hier ausgewichen bist. Nice. Oh, mein Gott, du kannst hier auch noch reviven. Oh, komm schon, bitte, bitte, warte, warte, warte. 130. Okay. Könnte jetzt ziemlich interessant werden. Ich habe auch noch Blast-Buff. Okay, nice. Mit dem muss ich jetzt genug Key bekommen. Okay, nice. 14 Sekunden noch, 14 Sekunden noch. Ich muss wechseln. Endlich, GG. Wir haben es geschafft. GG. Der Grund, warum ich Gohan schnell ausgewechselt habe. Oh, mein Gott, warte. Ich habe First Attack, oder? Ich habe First Attack, oder? Oder? Leute, ich habe First Attack, oder? Ich muss First Attack haben, oder? Oh, GG. 7 von 7. Es ist ungefähr 40 bis 50 Energie draufgegangen. Mir egal. Ich habe es geschafft. GG. GG. Geschafft. Ich bin zufrieden. Komplett zufrieden. Einfach nur. vellinger. Also,